Einen wunderschönen, ihr aquaristischen Aquarianer-Aquaristik-Menschen. Willkommen zu einer weiteren Folge Süß- und Salzig-Podcast zusammen mit Jonas Stratmann. Und Alex Izzi. Ja. Ich kann ja deinen Nachnamen nicht sagen. Ähm, doch, Izzi kannst du, achso, Gold heiße ich mit Nachnamen. Gold? Ja. Boah, das ist edel. Stark, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Ein cooler Nachnamen, ne? Kann ich mir auch einen fiktiven Nachnamen noch geben? Klar. Na, ich überlege mir einen. Superman. Hummer Simpson hat sich mal Max Power genannt. Fand ich stark. Ja. Starker Name. Also Jonas Power oder wie? Jonas Kraft. Jonas Kraft. 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 Jonas Kraft und Alex Gold. Der auch mit Jonas Kraft und Izzi Gold. Alex Gold, wie auch immer. Ja. Ich hab ganz neue Nachrichten. Du hast tolle Nachrichten. Ich hab neue Nachrichten. Du bist leider nicht die richtige Person, glaube ich, um diese Nachrichten zu teilen. Aber mir macht es Spaß. Ich freu mich total. Ach, bestimmt, was dir Freude macht, macht mir doch auch Freude. Ich weiß nicht. Macht's dir Freude, wenn ich so den Begriff Paar in den Raum schmeiße? Ach, ja, dann hast du dir so ein Paarmessgerät gekauft. Richtig. Okay, da hält sich meine Freude in Grenzen. Ja, das war doch so klar. Hä, wenn ich das doch sage. Okay, aber ich hab direkt eine brennend heiße Frage, die ich dir vor die Füße schmettern werde. Mit wie viel Paar brennt's? Ich weiß nicht, kann Paar auch heiß Hitze messen? Nö, aber Feuer hat ja auch eine Helligkeit. Okay, dann 1500 Paar Minimum. Boah, das zerscheppert dir aber wirklich jede Koralle, ne? Das ist schon extrem, ne? Das ist extrem, ja. Okay, die Stratornlampen von dir, ne? Ja, die Jonas-Stratornlampen. Richtig. Wurden übrigens nach mir benannt. Ja. Die spucken ja Paarwerte aus, ne? Also die sagt ja direkt so hier so und so viel Paar, ne? Mhm. Stimmt das mit dem, was du gemessen hast, überein? Nein. Okay. Jetzt freut sich erst so der Jonas und sagt, ah, hab ich mir schon gedacht, dass das nicht klappt. Nö, also nö. Mhm. Freu ich mich nicht. Ich kann das auch auflösen. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt nicht vernünftig funktionieren würde, sondern das ist bei mir ein Sonderfall. Ich hab damals, die Stratorn wirklich, die ist ja in drei Clustern aufgeteilt. Ich hab ja die Spro, die Spro. Die Spro. Die Spro. Die Spro. Die Stratorn-Stro. Das ist so ein Mix aus ganz neue und alte Technik. Siehst du aus Stro. Da muss ich mal ganz kurz eine coole Geschichte erzählen. Natürlich. Bei Stro. Ich weiß auch gar nicht, ob die cool ist, aber. Dürfen dann die Zuschauer entscheiden. Der Vater von meinem besten Freund. Vater. Der Vater. Genau. Den kannte ich ungefähr, seit ich in der Grundschule war. Der mich auch, logischerweise. Verstehe. Und ich stand dann irgendwann mal vor der Tür da. Ihr habt euch also gegenseitig kennengelernt, nicht getrennt voneinander. Richtig, genau. Unabhängig voneinander haben wir uns trotzdem auch kennengelernt. Nee, auf jeden Fall war ich da immer zum Spiel der Nachbarschaft. Drei Minuten zu Fuß laufen und dann so. Irgendwann stand ich da mal, da war ich vielleicht 18 oder so, stand ich da vor der Tür. Und dann. Du hast gefragt, warum da Stro liegt. Habe ich dem Hallo gesagt und so. Und dann ging der irgendwie, ging der da zu seinem Sohn ans Zimmer und sagt so, ey, der Jörg ist da. Der Jörg Strootmann. Das ist so ein Running Gag bei uns mittlerweile. Und irgendwann haben wir mal Jörg Strootmann gegoogelt und den gibt es wirklich. Na gut, muss man dabei gewesen sein. Nee, es waren 20 Jahre, die man sich kennt und ich war dann der Jörg Strootmann. Verstehe. Genau. Gut, dann haben wir das auch. Danke dafür. Auf jeden Fall. Hast du eigentlich einen zweiten Namen? Habe ich dich jetzt mal gefragt? Ich glaube, weiß ich nicht. Müsste ich mal meine Eltern fragen. Nee, wird doch im Personalausweis stehen sonst. Ja, willst du dir jetzt auch noch einen? Genau. Alexander is ironimo. Ironimo Gold. Gold. Das stimmt. Wir starten hier viel zu doll in die Aquaristik schon ein. Es geht schon um Paarwerte und so. Ja, regelhaft. Ah, na egal. Wo ist die Viertelstunde geblieben? Ich finde schon das Spaß. 50 Prozent unserer Zuhörer schalten eigentlich nur wegen der ersten Viertelstunde ein. Ja, die Kommentare sind sich da unsicher. Die einen sagen, muss ich überspringen, geht mir total auf den Sack. Die anderen sagen, ey, geil, die ersten 15 Minuten finde ich am interessantesten. Nice. Machen wir so. Balten wir einfach so bei. Nee, es kommt wie es kommt, Freunde. Das ist jetzt einfach so. Und ich bin gerade gehypt vom Thema Paar-Messgerät. So, das habe ich jetzt. Und worauf ich jetzt nochmal kurz, um jetzt darauf zurückzukommen, warum jetzt das mit den Paarwerten nicht klappt. Also, ich habe damals die Lampe Straton Pro, die in drei Cluster aufgeteilt ist, so betrieben, dass alle drei Cluster die gleichen Einstellungen hatten. So, vorne, Mitte, hinten, gleiche Helligkeit. Und dann war der Jörg ja hier, Sangokai. Ich sage jetzt einfach mal Podcast-Werbung. Ich dachte Jörg, Jörg Strotmann. Das war nicht geplant. Genau, Jörg Strotmann von Sangokai, man kennt ihn. Und mit seinem Apogee und hat es mal durchgemessen und es hat ziemlich genau hingehauen. Hingehauen. Also, wirklich gut gepasst. Von daher, es funktioniert. Es funktioniert aber nicht mehr, sobald man anfängt, wie ich, die einzelnen Cluster verschieden hell zu machen. So, ich hatte jetzt irgendwie vorne 10%, in der Mitte 70% und hinten 85%. Darf ich fragen, warum du das machst? Das liegt daran, weil der Ursprung war damals, dass gerade meine LPS immer sehr hell geworden sind vorne. Ja. Und ich dann irgendwie das Gefühl hatte, dass die zu viel Licht kriegen. Und, ja, genau deswegen habe ich es halt vorne dunkler gemacht, weil meine LPS sitzen eigentlich alle vorne und damit auch tiefer, weil quasi mein Riff hat ja die tiefste Stelle eher vorne und baut sich dann zur Mitte nach hinten eher etwas höher auf. Mhm. Und deswegen wollte ich es vorne dunkler machen, weil ich das Gefühl hatte, die LPS stehen zu, äh, zu hell. Ja. Und die SPS können aber eben diese Helligkeit ab und deswegen habe ich das so aufgeteilt. Also am Anfang, als ich mit Jörg gesprochen habe, er was über mein Becken wissen wollte, weil es eben so schlecht lief, hat er direkt gesagt, mach, hör auf mit der Scheiße, ich kann das so nicht beraten. Hat er so nicht gesagt, natürlich würde er so nicht sagen. Aber gemeint hat er das. Wenn nicht noch deutlicher. Genau. Hör mal, Herr Gold, entweder du lässt es oder wir machen das jetzt richtig. Ähm, nee, aber genau. Er hat dann gesagt, hier, mach, das kann ich so nicht beraten, das ist für mich alles ein bisschen zu vage und so machen wir alles zu einem quasi und dann können wir weiterreden. Und dann habe ich das halt wieder so geändert und dann hat er das dann ausgemessen. Das hat ziemlich genau gepasst mit den Werten, die er angezeigt hat. So, das funktioniert aber nicht, wenn du anfängst, vorne eine andere Helligkeit hinzumachen und so, weil der, glaube ich, den Gesamtstromfluss oder weiß ich nicht genau, will jetzt auch nichts Falsches sagen, es klappt auf jeden Fall nicht. Und deswegen hat das jetzt bei meinem Ausmessen keinen Sinn ergeben, ich gucke da auch nicht mehr drauf, weil ich das aber wieder geändert habe und wie ich finde auch absolut zu Recht, weil vorne meine LPS stehen und es hat sich herausgestellt, dass die LPS teilweise auch ein bisschen hell stehen. Also kann man sich jetzt wieder drum streiten, deswegen gesagt, wie gesagt, ist das, glaube ich, mit dir jetzt auch ein bisschen schwer, darüber zu reden. Du misst das nicht regelmäßig, bist aber wahrscheinlich auch der Meinung, dass selbst LPS auch viel mehr Strahlung manchmal abkönnen, als man oftmals so glaubt, könnte ich mir vorstellen. Kommt vielleicht auch auf die LPS drauf an. Genau, ich finde halt nicht, dass LPS gleich LPS ist. Es gibt übrigens auf der Seite von White Corals, wie gesagt, wir droppen hier einen Namen, deswegen an der Stelle nochmal hier, dieser Podcast enthält Werbung, wie auch immer, ist zwar nicht bezahlt, aber wir droppen hier die ganzen Namen rum. Auf der Seite von White Corals ist es wirklich so? Bei YouTube in der Ecke oben stehen, dass Werbung da ist. Werbung, ja, aber bei Spotify gerade nicht. Ja, aber da kommt ja, dieser Podcast enthält Werbung am Anfang. Manchmal ja, manchmal nein, sag ich dir, wie es ist. Hast du nicht gemacht, oder was? Manchmal nicht, aber da haben wir auch dann überhaupt nicht über Namen gesprochen von Da flattert direkt eine fette Klage. Eine Abmahnung ins Hause Gold. Leute, ich würde es mir ja wünschen, wenn das hier Werbung wäre. Es ist aber keine. Ja, es ist wirklich keine. Es ist einfach keine. Oder kann ich aber gleich noch was erzählen? Boah, Gott, das will ich noch. Ist auch egal. Ja, machen wir weiter. White Corals. White Corals. Hat Corals, Entschuldigung. Wo ich wirklich, also, ich finde ja, die machen ja wirklich einen guten Job, ja. Ich habe mir ja auch mal diese Korallenzuchtanlage angeguckt und ich finde ja auch... Ach, ehrlich? Warst du da? Nee, ich war nicht da. Ich habe mir so Fotos, habe ich gesehen. Das sieht ja alles mega ordentlich aus und groß und so und die haben ja auch den Cori angestellt und so. Der Cori macht ja mit Sicherheit auch einen sehr guten Job. Ist ja auch ein cooler Typ und so. Aber was ich nicht verstehe und was ich nie verstanden habe von Anfang an, ist der Name. Ja, habe ich auch mit denen darüber gesprochen, als ich da war. Dann kannst du das nach Jahren ja endlich mal auflösen, weil weiße Korallen sind doch tote Korallen. Ja, und da hast du es auch schon. Genau deswegen, im Prinzip, haben sie das genommen, weil das so im Kopf bleibt, weil das so umstritten ist, weil man drüber redet einfach. Das ist ja... Im Prinzip ist es einfach so, weil man, weil das irgendwie, weil es bleibt dann im Kopf, weil es irgendwie ein Streitthema ist, gefühlt. Zumindest jetzt im Nachhinein wurde das mir so verkauft, als dass das unter anderem ein Grund dafür sein sollte. Ob das schon von Anfang an wirklich der Plan war, das weiß ich nicht. Aber mir wurde es so erzählt. Also ich habe immer gedacht, weil, also ich bin mir relativ sicher, dass die früher mal Black Zoas hießen. Richtig, ist richtig. Und dann dachte ich so die... Und von Black Zoas sind die zu White Corals, dann haben die geswitcht. Ja. Ja. Aber auch Black Zoas gibt es ja nicht, oder? Also oder will man nicht auf jeden Fall. Keine Ahnung, so richtig schwarz. Wäre auch cool. Naja, auf jeden Fall Grüße gehen raus. Nette Leute. Und ja, erzähl weiter. Ach, ich wollte gerade sagen. Ja, sorry, ich muss mal zwischendurch, muss ich auch mal irgendwas sagen. Grüße da lassen. Ich wollte so einen Monolog von dir hier hinten. Ja, ich wollte jetzt eigentlich... Okay, sorry, dann lass ich's. Nee, komm, mach weiter. Irgendwer muss ja hier was erzählen. Man kann tatsächlich bei White Corals, kann man Korallen kaufen. Und wenn man da auf die Seite geht und einzelne Korallen auswählt, dann wird unten ein Paarwert angegeben. Ach. Tatsächlich, ja. Und das fand ich sehr interessant. Da bin ich mal alle so durchgegangen und hab bei mir halt mal abgecheckt, wie sind so die Paarwerte bei meinen Korallen. Ich hab leider noch nicht so eine coole Grafik gemacht, wo man so ein Bild vom Aquarium macht und dann zeigt, welche Koralle bei wie viel Paar steht. Werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Also ich hab auch die Werte schon so halbwegs notiert, nur noch nicht perfekt zusammen getragen. Können wir vielleicht dann nochmal in den nächsten Folgen oder so drüber sprechen, wie auch immer. Und da sieht man dann zum Beispiel auch, welche LPS laut denen mehr vertragen und welche weniger. Zum Beispiel ganz unten angesiedelt, das würde ich tatsächlich auch bestätigen, sind bei denen Scheibenanemonen. Das sind keine LPS, sind Anemonen, ich weiß. Aber die werden teilweise nur bis 20, ich glaub 20 bis 30 Paar werden hier angegeben. Das ist wirklich dunkel. Okay. Hm. So, ich mach jetzt eine kleine Pause, damit du was sagen kannst. Ja, aber ich, also was ich zum Beispiel nicht verstehe, ne, das ist ja, es ist ja total spektrumsabhängig eigentlich. Also Paar sagt ja erstmal gar nichts aus. Weil ich kann natürlich irgendwie nur mit weißen LED 100 Paar erzeugen, ich kann aber auch mit, ähm, mit blauen LED 100 Paar. Aber der Energiegehalt für die Koralle ist ja ein ganz unterschiedlicher anderer. Ja. Von daher verstehe ich das immer nicht. Aber ich finde, wenn du grob, also wenn du keinen groben Fehler machst und alles in UV steckst, so, also, äh, oder nicht alles in UV steckst oder nur 100% voll weiß beleuchtest oder rot, so was jetzt wirklich echt blöde Fehler wären, dann tut sich da jetzt auch nicht wieder so unfassbar viel, oder? Also, du bist ja schon blaulastig mit ein bisschen grün, bisschen rot und am besten nicht doll in UV rein und keinen groben Fehler machst, ich weiß nicht, also, für die meisten, klar, also, ich mein, ich hab mir jetzt das Paar-Wise geholt, also nicht das Apogee, das, was der Jörg damals vorbeigebracht hat, war das, oder was er selber hat, ist das Apogee. Aber das kann doch auch Spektrum messen, oder nicht? Genau, und das misst auch permanent das Spektrum. Okay. Also, du siehst sowohl den Paar-Wert, ähm, einmal über Wasser, dann kannst du nochmal einstellen, dass es den Effekt, ähm, weiß ich gerade nicht mehr, wie er heißt, aber wenn du damit unter Wasser gehst, sagst du dem Gerät, ey, ich bin jetzt unter Wasser und dann schlägt es auf den Wert nochmal so 30% oben drauf. Krass, kompensiert das quasi, ja? Kompensiert das dann sozusagen irgendwie. Ähm, ja, und dann zeigst du das Spektrum an und den Paar-Wert und ein, zwei Kleinigkeiten, für die ich mich jetzt nicht so ganz krass interessiert habe. Oder so, ja. Und, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was sagst du dazu jetzt, wenn man jetzt mal von einem vernünftigen Spektrum ausgeht und ich gehe jetzt so 100% auf UV und 100% rot und mache nur ein bisschen blau und ein bisschen grün und ein bisschen, weiß nicht, was rein. Wenn man also ein normales Spektrum hat, würdest du auch eher, zum Beispiel so eine Ricordia Juma oder so, Florida oder Rodaktis-Scheiben-Anemonen, würdest du dir auch eher so, sind das so die dunkelsten Korallen, die dir einfallen? Und mit dunkel meine ich halt die, die am wenigsten Licht, sagen wir mal, brauchen? Ähm, ja. Also zusammen mit einigen LPS-Korallen, ja. So, Trachy-Fylia ist natürlich auch noch was, was einem direkt einfällt, ne? Und Blasen-Korallen auch. Blasen-Korallen? Mhm. Also ich sehe gerade hier, bei denen auf der Seite sind wirklich Ricordia Jumas angegeben mit 20 bis 30 Paar. Das ist wirklich nix. Während eine Trachy 30 bis 75 Paar. Also wirklich mehr als eine, ähm, Ricordia-Scheiben-Anemone. Ja, also bei Jumas hätte ich jetzt gedacht, dass die mehr können oder mehr brauchen auch. Also ich kann, ja. Ich kann es auch begründen. Mach das ruhig mal. Soll ich mal machen? Ja, wobei, sollen wir es jetzt machen? Wenn ich früher Jumas bekommen habe, auf Steinen, ne? Mhm. Dann war da ganz oft Algenbewuchs mit drauf. Und da hätte ich jetzt gesagt, dass die eigentlich eher im flacheren Wasser wachsen. Also deswegen dachte ich jetzt gerade. Kam die dann aus der Farm oder aus dem Meer? Die kamen aus dem Meer. Die waren auf Lebendgesteinen drauf früher. Okay. Also auf Steinen halt einfach. Ob das jetzt Lebendstein war oder ob die da irgendwo einen Stein reingeworfen haben, kann ich nicht sagen. Also ich habe vorne eine sitzen, eine Ricordia-Juma, und habe schon immer das Gefühl gehabt. Zwei sogar, drei sogar. Und bei allen, ne, warte mal, eine war eine Florida, die ist aber gar nicht mehr da. Ja, Florida ist ja ganz anders als Juma, ne? Ja, das sind so kleine Perlen quasi. Die Juma ist so ein bisschen verteilter, strubbelig, aber ist ganz schwer zu beschreiben. Juma ist auch perlich. Perlich, aber nicht so... Größer perlich. Größer perlich und nicht so ganz strukturiert. Also es wirkt ein bisschen mehr Durcheinander. Ja, Florida ist so feinperliger. Zeugt von hoher Qualität. Richtig. Feinperlich auf der Zunge auch, ne? Ja, auch. Kannst du mal probieren. Macht feine Perlen auf der Zunge auch. Ja. Und ich habe das Gefühl, meine stehen auf jeden Fall viel zu hell. Die sind zusammengezogen, die sind hell, die sind relativ klein und so. Also ich finde, ich finde das passt perfekt, dass die bei mir zu hell stehen. Okay. Aber meine stehen auch, habe ich gemessen, knapp bei so 90 bis 100 Paar. Das ist zu viel. Das sieht man denen auch an. Finde ich persönlich. Ja, okay. Dann mach weniger. Die Blasenkoralle, die du meintest, Plerogula sinuosa zum Beispiel, wird hier tatsächlich eingegeben 50 bis 125 Paar. 125 ist ja schon gar nicht mehr so wenig. 50 bis 125. Ich hätte jetzt gesagt, dass die auch viel weniger abkönnen irgendwie. Habe ich so ein Gefühl gehabt. Vom Feeling her. Na gut. Naja, auf jeden Fall, um da vielleicht nochmal gerade grob auf mein Aquarium zu sprechen zu kommen. Also meine LPS vorne, da war vielleicht meine Lampe, da war, heißt ich habe da tatsächlich auch ein bisschen was dran geändert mittlerweile. Da war die vordere Reihe so glaube ich von meinem Cluster von meinen ATI-Lampen vorne ungefähr so bei 15 Prozent, glaube ich. Wie gesagt, die Mitte war um die 70 und hinten war es sogar, glaube ich, um die 80. Sowas um den Dreh grob. Ansonsten könnte ich auch nochmal gleich in meinen Screenshot reingucken. Und meine vorderen LPS waren tatsächlich eher so ab 80 Paar. Also unter 80 Paar hatte ich eigentlich keine Koralle. Selbst zwischen den Lampen, wo ja diese Schattenzonen sind, tut sich da unten nicht so viel, weil diese Schattenzonen ziehen sich ja nicht bis unten zum Boden, weißt du, da mischen die sich ja dann schon wieder. Im oberen Drittel oder obere Hälfte. Ja, ist ja interessant. Wird das auch für Süßwasser, logischerweise wird das auch für Süßwasser funktionieren, oder? Also klar, das Spektrum wird sowieso funktionieren und die Paarwerte auch, ja. Ob die Paarwerte so interessant sind für Süßwasser, sagst du mir jetzt. Ja, wäre ja mal interessant, ob das sich in irgendeiner Form oder inwiefern sich Paarwerte auf die Ausfärbung von Pflanzen auch auswirken, das wäre schon interessant. Oder auch auf das Wachstum von Pflanzen, wie viel brauchen die wirklich? Also unter Umständen verballert man ja auch eine ganze Menge Energie oder eine ganze Menge Strom unnütz, weil die Pflanzen eh nicht mehr aufnehmen können. Das wäre mal interessant, die verschiedenen Lampen so auszuloten. Nicht messen, ausloten. Ich finde ja auch, klar, das ist immer so ein Thema, was kann man noch an Strom sparen und verbrät man hier unnötig Energie. Ich muss aber sagen, ich freue mich über jeden Watt, den ich aufdrehen kann bei meiner Lampe, weil ich einfach hier ein sehr, du sowieso, weil ich einfach ein sehr helles Wohnzimmer habe und tagsüber vor allen Dingen finde, dass das Aquarium deutlich heller sein könnte. Also ich finde, das könnte einfach noch ein bisschen mehr knallen, weil wenn du so ein hellen Raum hast, wird es echt schwer, dass das Aquarium nicht in Spiegelungen versinkt und umso heller das ist, umso besser kommt das rüber. Von daher würde ich da aus optischen Gründen, jetzt abseits von Energieverballern, würde ich eigentlich gerne eher noch hochgehen. Ja und die ATI ist ja schon sehr effizient, also da musst du ja nicht super viel Watt reinknallen, wenn du oben bist, aber da komme ich auch gleich mal kurz drauf zu sprechen. Auf jeden Fall war ich vorne so bei 70, 80 und deswegen habe ich das vordere Cluster mal komplett ausgemacht. Komplett, was wiederum bedeutet, ich benutze nur noch zwei Drittel der Lampe, die hintere, den hinteren Teil habe ich jetzt komplett auf... Bei allen Lampen oder was? Durch die Bank durch? Bei allen Lampen, weil bei allen Lampen sitzen vorne die LPS, das ist einfach so ein Muster, was sich bei mir durchs Becken zieht. Und fünf Lampen habe ich ja, sechs bräuchte ich, fünf Lampen habe ich. Und ich hatte auch nochmal hinten die SPS gemessen, das kommt jetzt ganz extrem drauf an, wo die waren. Da kommt es, weil die oben oben sitzen, kommt es sehr drauf an, sitzen die zwischen den Lampen, sitzen die genau frontal mittig unter einer Lampe, sitzen die besonders weit oben, sitzen die so halb weit oben. Ich habe wirklich Stellen, wo mein Gestein, sage ich mal, so 15 Zentimeter unter der Oberfläche ist oder zehn, zwölf vielleicht. Was ja schon echt knapp ist. Was ziemlich knapp ist. Und mein Paradebeispiel ist ganz rechts, habe ich so eine fette, orangene Montipora sitzen. Du erinnerst dich vielleicht noch, bei mir oben rechts. Ja, ich glaube ja. Die mal fast down war und sich dann aber wieder erholt hat nach den Vibrionen-Montipora-Schneckenbefall. Die hatte auf jeden Fall zu kämpfen, aber sie hat es gepackt. Und da kam sogar ordentlich Zucht drauf. Aber für dich wahrscheinlich nichts. Und ich hatte auch gedacht, noch deutlich mehr. Aber die war so bei 320 Paar oder 350 oder irgendwie so. Krass. Und die war halt zehn Zentimeter, wenn überhaupt, unter der Oberfläche, ne? Ja. Und direkt frontal eigentlich fast, unter der Lampe. Ähm, trotz, dass ich hinten so... Gibt ja so immer ganz verschiedene Arten zu beleuchten auch. So ein Paradebeispiel, den werden zumindest wahrscheinlich vom Hören her viele auch kennen, ist ja Manfred Trussheim. Ähm, war immer so für mich jemand, der so, ja, wie sagt man das? Ein Vorbild in Sachen SPS-Akropora-Haltung. Ist ja ein wahnsinns Becken, was er seit Jahren eigentlich hochkarätig pflegt. Klar, gibt immer mal Hoch und Hochs und Tiefs. Aber der hat dreimal 1000 Watt und damals, glaube ich, 22 mal 54 Watt T5 in Blau noch drauf gehabt. Jetzt mittlerweile das Blau als LED. Und der hat dann, ich meine, vier Stunden am Tag diese dreimal 1000 Watt Tageslichtbrenner da drauf geballert. Das sieht aus wie Sonnenlicht, also wirklich als würde die Sonne da auf einmal angehen. Und das ist ja also dreimal 1000 Watt und dann stehen die Korallen teilweise so 10, 20 Zentimeter unter der Wasseroberfläche, ne? Da würde mich mal interessieren, wie viel Paar dann da drauf ballert. Und auch deswegen habe ich mir das Teil gekauft, weil viele würden jetzt sagen, hey, warum kaufst du dir sowas? Man kann sich das ja auch leihen, leihen für wenig Geld und so. Aber ich finde das total interessant. Dürfte ich das mal mit nach Ägypten nehmen? Ja, kannst du auch gerne machen, ja. Sollen wir mal nach Ägypten fliegen, um das zu testen? Aber wie willst du das denn testen? Du brauchst ja ein Kabel und ein USB-Kabel dabei und du musst ja irgendwie ein bisschen mit dem PC das machen. War das nicht mit dem Handy? Ging das nicht auch irgendwie? Wenn du ein Android-Handy hast, geht es glaube ich auch mit dem Handy. Ja gut, dann kaufen wir halt noch ein Android-Handy. Wobei neue Handys, also Handys sind ja für mich iPhones. Ja, richtig. Neue Handys haben ja mittlerweile auch USB-C und der Stecker ist USB-C. Vielleicht funktioniert es ja dann auch mit den neuen Händen mit iPhones. Schatz, ich brauche ein neues iPhone. Das wäre noch eine Überlegung, das könnte sein. Aber das wäre immer sehr interessant. Wobei ja, ich glaube Olli von ATI gesagt hat, bei der Straton haben sie sich ja als Beispiel die Natur genommen. Auch was die UV-Werte betrifft. Wo man jetzt im Nachhinein sagen muss, da ist die Natur mit den UV-Werten dann vielleicht ein bisschen zu doll. Jetzt im Vergleich. Muss jetzt vielleicht nicht unbedingt im Aquarium sein. Und auch das ist ein Grund, weshalb es für mich natürlich schwierig wird, jetzt die volle Power der ATI auszuschöpfen. Weil wenn ich den UV-Kanal komplett rausnehme, ich habe es übrigens jetzt nicht mehr ausprobiert, aber der Tom hatte ja damals, ich glaube auch mit dem Paar weiß das Ganze ausgemessen. Und dann erst gemerkt, wie potent denn dieser UV-Kanal bei der ATI ist, dass der halt in die Extremwellenlängen reingeht, wo man wirklich sagt, das muss jetzt auch nicht sein eigentlich. Zumindest hat sich das bei mir ja auch so herausgestellt und auch bei ihm, dass das ein bisschen schwierig ist, ein bisschen sehr arsch-aggressiv. Und dann hat man ja plötzlich Lampen in der Lampe drin, also einzelne Leuchten in der Lampe, die man überhaupt nicht mehr angeschaltet hat. Das heißt, da geht ja schon wieder ein bisschen Powerflöten. Und selbst der Violett-Bereich, der ist bei mir von, ich glaube, man kann bis 255 hochgehen, ist der bei mir bei 20. Also auch da sind weniger als 10 Prozent drin. Ich hatte das vom Tom übernommen. Und deswegen, ja, ich wollte ja eigentlich nur darauf hinaus, dass ich diese UV-Lampen, diese eingebauten UV-Leuchten quasi nicht benutzen kann. Violett auch nur wenig. Und dass es dann gar nicht mehr so krass ist, ich habe nämlich jetzt tatsächlich das hintere Cluster auf 100 Prozent gestellt und das mittlere Cluster so auf, ich muss gerade mal gucken, ich glaube, es ist auf ungefähr 65 oder 70 jetzt aktuell. Und da bin ich bei den Akros, selbst die, die ganz oben stehen, also die Monty ganz rechts, die ich eben als Beispiel genannt habe, die war jetzt ein Extremfall, die geht jetzt tatsächlich auf die 500 zu. Okay, ja. Aber die, die anderen Akros, die in einem normalen, in einer normalen bis ganz hohen Höhe schon stehen, die fangen jetzt erst tatsächlich so bei knapp 280, 300 an. Und ich habe jetzt nicht unendlich viel Spielraum noch nach oben, ne? Okay. Und es gibt ja Leute, die halten ja Akros bei über 600, 700 bis 800 Paar oder so, ne? Ja. Also, wenn ich mir jetzt hier mal, wenn wir jetzt nochmal den Vergleich nehmen, ich gehe zu White Corals auf die Seite und gebe einfach mal Akropora ein. Ich weiß nicht, inwiefern das nochmal auseinandergehalten wird, welche Akro jetzt besonders viel braucht oder kann, aber ich bin jetzt zum Beispiel hier bei einer Akropora Natalensis, heißt die, da steht über 350 Paar. Also das ist hier so das Mindeste, was hier quasi für diese Koralle angegeben wird. Ja, und dann kommst du mit der Lampe gar nicht hin ohne UV und sowas, ja? Ähm, ja, da müsste ich sie auf jeden Fall wirklich richtig hochdrehen, ne? Vor allen Dingen natürlich, wenn ich vorne aus habe, weil es macht schon einen großen Unterschied, selbst wenn ich hinten auf 100 Prozent bin. Ja klar, weil die Strahlung geht ja auch noch mit dann in das Feld rein quasi, ne? Genau, also die Mitte ist trotzdem, obwohl die nicht auf 100 Prozent ist, deutlich heller als hinten, obwohl hinten auf 100 ist, weil links und rechts, was von links und rechts kommt, auch noch dann halt mit da reingeht. Na klar, verstehe. Genau. Ja, aber das finde ich interessant, ne? Das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, dass die Akros erstmal anfangen, laut White Corals, bei 350. Also das ist das Mindeste. Und am besten so 500 im Optimalfall bis 600 Paar. So viel Power musst du halt wirklich einfach erstmal in der Lampe haben, ne? Mhm. Und da versteht man jetzt auch mal, warum gesagt wird, ja, hier High-End-Lampe, wenn du Akroporen pflegen willst und so. Das ist schon, also 500 bis 600 Paar ist wirklich was ganz anderes als 80 Paar. Was ganz, ganz anderes. Ja, das stimmt schon. Und dann willst du ein Mischbecken haben, wo unten deine LPS, ach, oder du hast ja deine Scheiben, Scheiben an dem Mond, 20, 30. Was ja auch funktioniert, ne? Was ja teilweise wirklich funktioniert. Weil so Schattenzonen manchmal einfach super dunkel sind auch, ne? Ja, nee, aber gar nicht unbedingt. Also, weiß ich nicht. Müsst ihr jetzt nochmal verschiedene Becken da nachmessen oder so, aber, also dass da mal eine Euphilie einfach zwischen den Akros steht. Du musst das mal mitnehmen zu den Becken, die du kennst, wo du vielleicht bei Pflege bist oder wo du nochmal was aufbaust und so. Das würde mich mal total interessieren, weil das ist total einfach. Du stöpselst das einfach an den PC oder ans Handy, angehst auf die Webseite und da steht es und hältst es einfach nur hin. Ja, mach ich mal. Das wäre mal echt super interessant. Ich bin ja demnächst bei dir, ne? Du bist demnächst bei mir morgen, genau. Ja, könnte man mal gucken. Ja, warum bin ich denn bei dir morgen? Weil wir nochmal einen Podcast aufnehmen werden. Denn, äh, ich bin eine Woche im Urlaub. Boah, das gibt's gar nicht. Ich bin im Urlaub. Das ist eine Frechheit. Schon wieder. Ja. Eine stolze Woche bin ich, äh, solange der Schnee noch liegt, bin ich in Österreich Skifahren. Ah. Äh, und mit Ski meint ich Snowballfahren. Mhm. Äh, ja. Ich hoffe, es liegt noch genug Schnee und ich hoffe, ich bin ja immer, ich würde mir, also ich wünsche mir ja eigentlich immer so Snowboarden eigentlich erst so richtig dann, wenn es so gerade Winter wird. Weil ich freue mich, ja, du kennst das ja nicht, aber ich freue mich ja auf den Winter. Ach. Und dann hätte ich direkt richtig Bock. Vorfreude. Der Herr verspürt Bock auf den Schnee. Ja, okay, ist ein bisschen, ja. Ja, zu viel, wie gesagt, ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass Herbst ist und ich sage, boah, ich freue mich jetzt auf den Winter, aber wenn es dann so kalt wird, finde ich es cool, dass es so ist. Okay. Und dann kriege ich Lust auf Schnee, so. Aber freust du dich aufs Snowboard fahren, so? Hast du da schon Vorfreude? Ist noch ein zu weiter Ferne, das ist in fünf Tagen geht's los. Na, das ist noch nicht so, das geht noch nicht, ja. Okay. Also, samstags fahre ich los, ich glaube, freitags würde ich mich schon freuen, so langsam. Ah, ja. Wenn man, wenn man da ein bisschen packen muss und so. Ja. Das schon. Na gut, ich drücke die Daumen, dass du nicht unterwegs bist, dass ihr keine Panne habt oder so, dass dir das dann noch vermiest wird. Ach so, wenn ich da mal Vorfreude habe, meinst du? Ja. Dann ist es wichtig, dass da auch was erfolgt. Ja. Nee, da mache ich mir keinen Kopf. Genau, und deswegen müssen wir ein bisschen vorproduzieren und ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir so eine ganz, so eine inkognite Folge, vielleicht sogar doch eine Videofolge bei mir vorm Becken, aber das Becken im Hintergrund verschwommen in der Unschärfe. Boah. Boah. Das ist ja immer gemein. Ja, aber besser als gar nicht, oder? Das stimmt. Vielleicht machen wir auch so ein Video mit nur so einem kleinen Ausschnitt vor deinem Fenster oder so und machen nur vorne die Lampe an oder irgendwas so. Nee, nee, das ist zu viel. Vor so einem Streifen. Das ist zu viel. Na gut. Ich habe so ein paar Kommentare gelesen und so. Aber es soll auch schönes Wetter werden, wir können es auch bei dir auf der Terrasse einfach machen oder so. Boah, das ist mir unangenehm, da würde ich flüstern die ganze Zeit. Ach so, okay. Na gut. Dann so Nachbarn das hören und so, das mag ich nicht. Nee? Vor allem Leute, die einem so in der Umgebung wohnen und dann einem so bei der Arbeit zuhören. Ich glaube, Arbeiten geht immer, um Geld zu verdienen, oder? Ja, stimmt. Damit hat das ja nichts, da muss es mir ja nicht unangenehm sein. Habe ich da was falsch verstanden jetzt, oder was? Leute, wir verdienen ja mit keinem Geld, das ist mir nicht unangenehm. Weiß ich nicht, weil ich habe gestern unsere Videos monetarisiert und wir penetrieren jetzt unsere Zuhörer, Schauer, Schrägstrich, wie auch immer, mit Werbung. Stark. Es könnte auch sein, dass schon irgendwie was passiert ist. Ich weiß nicht, muss man mal gucken. Man munkelt oder wie? Weiß ich nicht, ob man da jetzt rummunkeln muss, aber das dauert ja immer, ist ja mit einem Tag Verzögerung, nicht wahr? Kann sein, dass da jetzt schon was steht, ich gucke gerade mal rein. Wir geben alle Live-Umsätze, geben wir natürlich sofort bekannt und teilen die mit euch. Wir können jede Woche ein Update geben, wie viel Geld wir verdient haben. Ja, ich sehe leider bis jetzt überall nur 0, 0, 0, 0, 0. März, Januar, Dezember, November, alles 0, ich sehe noch gar nicht. Das ist scheiße geschätzter Umsatz, das ist leider ein Strich. Ja. Es ist einfach so wenig, dass es nicht in Zahlen auszudringen ist. Das ist selbst im Algorithmus unangenehm zu sagen. Ja. Bevor ich das euch sage, lasse ich es lieber. Na gut, ja. Mach ich lieber einen Strich. Gut, ja, lassen wir das mal hier wieder. Ja, auf jeden Fall bin ich dann morgen da und dann können wir uns das ja zusammen mal angucken. Und du kannst mir das mal erklären, auch wie das funktioniert. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich das hinkriege und wo ich das wohl anwenden könnte. Genau, ja. Ja, du kannst ja auch einfach mal bei dir, da fangen wir dann einfach mal an. Und dann kann man ja mal gucken. Und ich finde das Ding, warum ich es kaufen wollte, anstatt nur zu leihen, ich finde es cool, wenn man auch mal bei Leuten aus dem Forum ist oder so, mal irgendwo Korallen mitnimmt, dann sieht, wie die Korallen da stehen. Dann interessiert mich einfach, wenn ich mal so eine Koralle sehe, die einfach ultra geil steht, dann würde ich einfach mal gerne wissen, A, unter welchem Spektrum steht die eigentlich. Genau, ja. Und B, wie hell steht die. Und es kann ja auch sein, dass dann vielleicht ganz viele Dinge vielleicht, wer weiß, aus der Welt geschafft werden, wo man vorher dachte, die sind in Stein gemeißelt, die muss so stehen. Auf einmal kommt vielleicht raus, dass eine Akro bei 200 Paar irgendwie total cool aussieht und total gesund ist und offensichtlich schnell wächst. Vielleicht kommt aber auch genau das Gegenteil bei rum oder so. Oder man findet heraus, warum die vielleicht nicht so gut wächst, wenn man die mal miteinander vergleicht und so. Hin und her, wie auch immer. Plus, wenn man die dann ins eigene Becken halt umsiedelt, auch um zu wissen, wie kann man die vielleicht ungefähr so halten, wie sie vorher auch stand. Und halt dementsprechend die Bedingungen schon so schaffen, wie sie es gewohnt war, wenn sie schon vorher unter den Bedingungen gut gewachsen ist. Klar hat man auch immer andere Parameter und andere Strömungen und so weiter und so fort. Aber umso mehr weiß, desto besser. Ja, sehr gut. Ja, und du kannst es halt auch mal verleihen zum Beispiel an mich. Ja, klar, für ein entsprechendes Entgelt kann ich das natürlich auch an. Das ist dann nicht verleihen, sondern vermieten. Richtig, ja. Ja, oder so für die Straton Pro 2 kannst du es auch mal an ATI verleihen vielleicht. Gut. Boah. Boah. Da ist, glaube ich, was in Planung oder so, ne? Ja. Weißt du das? Nee, ich weiß da gar nichts. Okay, ich weiß es auch nicht so genau. Wir wollten ja auch eigentlich gar nicht mehr über die Lampe reden, von daher ist das auch egal. Gut. Es geht auf jeden Fall schnell. Nach der Straton Pro kommt die Flex und jetzt kommt, glaube ich, noch eine neue. Ja, okay. Bin gespannt. Ja. Gut, das hat sich angehört, als würdest du gerade mit irgendeinem Thema starten wollen, jetzt abseits von der Paarmessung. Ja, ich habe gerade überlegen, ob ich mir jetzt selber ein Messer ins Beine ramme oder nicht. Weil ich wollte ja eigentlich was über Elefantenrüsselfische erzählen. Da habe ich aber gerade gemerkt, dass ich gar nichts vorbereitet habe. Deswegen dachte ich, wir gehen auf ein paar Zuschauerfragen vielleicht ein. Wir wollten doch eigentlich eine komplette, aber das können wir dann perfekt vielleicht machen. Also wir können jetzt auch schon mit anfangen. Aber stimmt, eigentlich war der Plan, eine komplette Zuschauerfolge zu machen. Jetzt sind wir schon gefühlt bei 40 Minuten oder so. Ich finde, das können wir besser dann morgen machen, weil es war ja im Forum wieder einiges los, habe ich gesehen. Es wurde auf jeden Fall heftig diskutiert, auch über Giftigkeit. Hast du das gesehen? Ja, da ging es so ein bisschen auch um Gegengift und so, weil wir haben im Forum auch einen Terroristik-Mod, der sich gerade in Terroristik auskennt, auch mit Gegengift. Oder das Thema, wenn du jetzt Schlangen hältst oder so, da habe ich mich mal mit ihm drüber unterhalten, dann ist es ja meistens so, dass irgendwie gefühlt immer irgendeine Schlange dabei ist, die irgendwie extrem giftig ist und die im schlimmsten Fall irgendwie das Leben kosten kann. Offensichtlich ist es aber nicht so leicht, Gegengift zu Hause zu lagern, weil das eine gewisse Verfallszeit hat. Also das ist einfach nach einem halben Jahr oder so ist das einfach nicht mehr wirksam. Und je nachdem, was das so ist für eine Kobra, die dich da gerade irgendwie in den dicken Zeh gebissen hat, kann das auch mal eben sein, dass du 30 Ampullen irgendwie brauchst. Und dann kostet so eine Ampulle 350 Euro und du brauchst 30 Stück davon und die sind nur ein halbes Jahr haltbar. Deswegen ist das im Prinzip irgendwie nicht so richtig bezahlbar. Da bist du ja fast ein wirtschaftlicher Totalschaden dann. Ja, das Gute ist aber, dass die Versicherung das übernimmt, allerdings halt nur, wenn es passiert ist und du dann im Krankenhaus bist. Also jetzt, die Versicherung übernimmt ja keinen permanenten Vorrat zu Hause im Kühlschrank an Gegengift, wenn noch nichts passiert ist natürlich. Nee, klar. Ja. Ja, krass. Das ist echt teuer. Das ist teuer. Ist jetzt wahrscheinlich nicht bei jeder Schlange so, ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. Aber ich glaube schon, dass die Tendenz schon dahin geht mit diesem Verfall, dass es schnell verfällt und so. Ja, wahrscheinlich. Und dass es auf jeden Fall nicht günstig ist. Deswegen, ähm, hat er sowas wie eine Notfallmappe, ne? Hat er, glaube ich, gesagt. Er hat eine Notfallmappe, was für ein Gift da seine Schlangen haben oder welche Schlange welches Gift und so oder welche Schlangen er hat und so. Wo man dann direkt irgendwie dem Arzt Bescheid sagen kann, hier folgendermaßen, die hat mich gebissen. Mach mal ein bisschen voran, sonst ist es gleich vorbei. Äh, aber nur damit ihr Bescheid wisst, was gerade der Stand der Dinge ist so im Prinzip. Und ob das nicht auch ein Thema wäre, vielleicht eine Aquaristik, je nachdem, welche Fische man hält, weil ja letzte Folge der Rotfeuerfisch, der Zwergrotfeuerfisch eine große Rolle gespielt hat. Ja. Äh, und du, wir, den ja auf die grüne Liste gesetzt haben. Ob das nicht sinnvoll ist, eine Notfallmappe anzulegen? Oder worauf wolltest du jetzt hinaus, unter anderem? Ich, daraufhin ging dann die Diskussion auf jeden Fall los. Ja, ne, waren ja dann, ähm, zumindest so zwei, drei Erfahrungen auch dazu, dass der nämlich doch Garnelen weggefressen hat. Ne, das war sowas, ähm, wo ich noch nicht so Bescheid wusste. Und jemand hat aus Erfahrung berichtet, ja, Garnelen waren weg. Ähm, deswegen, äh, die Klammer auf jeden Fall hinter den Zwergrotfeuerfisch, ähm, Garnelenfresser. Was ja aber auch viele andere Fische auch tun, ne, also das kommt ja schon mal vor. Zum Beispiel, ich sag, ähm, Mirakelbarsch. Mhm, genau. Mirakelbarsch macht das, aber Korallenwächter können das zum Beispiel auch. Stimmt, richtig. Ne? Oder, ah, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwen auf der Positivliste, der das macht? Äh, weißer Hai. Ja, stimmt, schwarzspitzen Riffhai, weißer Hai. Wobei die, glaub ich, sich eher putzen lassen und irgendwelche... Blauwale. ...irgendwelche Essensreste zwischen den Zähnen rauspoolen lassen. Ja, stimmt. Ja, nee, also, ähm, ja, ansonsten sagen die auch alle, äh, total gute Fische für Aquarien, ne? Also, ja, kann man auf jeden Fall... Wenn man sich, äh, der Gefahr bewusst ist. Wenn man sich, oder man muss so Tennisbälle, so kleine Kugeln oben auf die Stacheln drauf machen. Dann geht's auch... Stimmt. Ne? Ist ja auch cool. Ist ja oft ein probates Mittel. Ja, ansonsten, ähm, so fragentechnisch kam gar nicht so viel dabei rum jetzt, ne? Wir haben keine Mail gekriegt mal wieder. Ich bin enttäuscht. Aber wir haben unendlich viele Fragen im Backup, wie gesagt. Ja, hast du denn welche davon gespeichert, oder? Ne, aber das mach ich dann für nächste Folge. Ja, das ist gut. Das sind so viele. Über YouTube und so weiter gesammelt und auch noch im Forum und so, da hat sich echt viel ergeben. Auch tatsächlich waren da noch ein, zwei Vorschläge für positive und negative Fische und so. Da war schon ein bisschen was dabei. Ja, das war gut. Das war schön. Ja. Ansonsten noch mal so, was sollen wir noch so sprechen? Ich hab noch mal ne Frage an dich. Eine Frage an dich? Weil, ja. Okay. Du wirst wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen. Warum predikte ich eigentlich immer, was du sagst? Du kannst ja einfach mal antworten. Richtig. Und zwar ist es immer wieder ein Thema, wir haben jetzt heute so viele Firmennamen gedroppt, ich dropp einfach mal den nächsten. Gefühlt macht Tobi, naja, ja, alle Aquaristik-YouTube-Kanäle, die es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum so gibt. Ja. Unter anderem ja, glaube ich, auch den von Tropic Marine mittlerweile, ne? Boah, wie viele sind es eigentlich? Ebbes, Tropic Marine, Fauna Marine, Plankton Plus. Tunze. Tunze, echt? ATI. Wobei da, glaube ich, gerade nicht mehr so viel kommt. Nee, den machst du auch nicht. Ist ja unfassbar, irgendwie gefühlt jeden. New Wave. New Wave, stimmt, das ist ja völlig krass. Das ist der Handdampf in allen Gassen, wie man so schön sagt. Und bei ATI habe ich mal wieder was gesehen, was jedes Mal, wenn ich das sehe, ich finde ich das irgendwie interessant. Bei ATI jetzt oder eben hast du Tropic Marine? Ich meinte, mit ATI meine ich Tropic Marine, genau. Ja, richtig, ist ja fast das Gleiche. Hat beides, drei Buchstaben, ne? Richtig. Je nachdem, wie man es abkürzt. Auf jeden Fall habe ich da wieder was gesehen, ein Video dazu. Das finde ich übrigens sehr interessant, das ist ganz cool, weil die so sehr so labormäßig unterwegs sind, Forschung und so weiter. Was sich nochmal sehr abhebt von vielen anderen Firmen, zumindest liegt der Fokus, gefühlt zumindest von den Videos, was man so sieht, sehr da drauf. Und da kommt man immer wieder zu diesem partikulären Phosphat. Party? Hat das so mit Party zu tun? Genau. Phosphat, was extrem gerne Party macht. Partikuläres Phosphat, ja. Ja, und es ist ja oft irgendwie so das Thema, du zum Beispiel hast ja auch Phosphat dosieren. Auch wenn Jörg, hat Jörg dich mittlerweile dazu gebracht, dass du es nicht mehr so schlimm findest oder bleibst du dabei? Ich habe heute noch, heute muss ich noch sagen, ja Jörg, hast ja recht. Wir haben ja nicht heute gesprochen. Ich hatte ja mal kurz angerissen, dass bei mir ein paar Korallen Zugsantellen wegschmeißen wollten. Und deswegen wolltest du schon eine kleine Party machen? Deswegen wollte ich schon Party machen, genau. Dann ist das doch ein bisschen viel geworden und dann habe ich gesagt, komm jetzt ist Feierabend, Jungs, pennen gehen, ich mache Licht aus. Und dann habe ich ja gleichzeitig oder kurz vorher, ich kriege es chronologisch schon wieder nicht mehr auf die Kette, habe ich Fische eingesetzt, weil ich war ja so ein Nährstoffarm, Bereich unterwegs und habe dann natürlich, weil ja zehn Fahnenbarsche auch was zu futtern auf dem Tisch haben wollen, habe ich natürlich ordentlich angefüttert. Die sollen ja auch am Anfang dann gerade besonders gut fressen und damit sie einfach gut stehen und gut ankommen. So, und dann ist mein Phosphat relativ hochgegangen, ziemlich schnell. Ich sage jetzt gar nicht mal wie viel, weil so ein bisschen was will ich mir auch noch fürs nächste Video aufsparen, aber es ist schon ordentlich hochgegangen. Und ich habe mit Norbert darüber philosophiert, warum der denn wohl so hochgegangen ist in so kurzer Zeit und wir sind eigentlich drauf gekommen, dass wahrscheinlich bei mir im Aquarium nichts irgendwie Phosphat aufsaugt. Also wenn man sich so eine Kalkdeko irgendwie vorstellt wie so ein Schwamm, dann kann die ja vielleicht ein bisschen was absorbieren, was sie vielleicht auch wieder abgibt. Also Depots einfach erstellen, gerade in einem frischen Aquarium. Und das ist irgendwie... Also das Gestein meinst du jetzt? Gestein zum Beispiel, ja. Das war, wo man eigentlich auch gar nicht möchte, dass das PO4-Depots bildet, ja. Und Norbert sagte, ja, wahrscheinlich ist das einfach so, dass es halt nicht aufgesungen wird, sondern einfach komplett im Wasser verfügbar ist. Und ich hatte Jörg das heute erzählt. Ich habe ihm mal so ein Update gegeben. Er hatte auch so ein paar Probleme mit dem Aquarium, die haben wir diskutiert. Und dann sagte er, siehste, und das ist der Grund, warum ich sage hier, nicht alles über Fische machen, sondern kontrolliert dosieren. Und da musst du ja das erste Mal sagen, ja Jörg, irgendwo hast du da schon recht. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, das kontrolliert zu dosieren. Aber ich muss natürlich auch sagen, in dem Moment, wo ich das Licht ausgemacht habe, haben die Korallen anscheinend sich nichts mehr gezogen. Und wenn man halt insgesamt 15 hungrige Mäuler neue füttern und stopfen muss, dann kommt da natürlich auch ein bisschen was zusammen. Ja, was du gemacht hast, ist was, was häufig passiert, und zwar, dass man dann ein bisschen zu doll dann dagegen agiert. Man hat zu wenig PO4, die Korallen schmeißen Zuxantellen ab und anstatt so ein bisschen was zu ändern, macht man direkt komplett Licht aus und füttert viel mehr. Das ist natürlich dann wieder ein schneller Übergang. Genau, also komplett Licht aus, hat die Jörg auch gesagt, ja, warum machst du das denn? Ich sage ja, weil ich vorher meine Lampen auf 30 Prozent runtergedreht habe und die trotzdem noch weiter, also ich habe es noch zwei Tage oder drei Tage probiert gehabt mit 30 Prozent und trotzdem haben die noch weiter abgeworfen und tatsächlich, also das mit dem Licht aus, hat es dann gebracht. Oder aber mehr verfügbares Ammonium und Phosphat. Das ist natürlich schwer zu sagen, aber bevor die mir hier alle die Geräte machen, mache ich lieber das Licht aus und nehme einen kurzen Phosphat-Peak in Kauf, den ich ja auch schon wieder im Griff habe, denn ich habe dann direkt hier Powerforce reingetan und ein bisschen Kohle nochmal. Ja, und jetzt bin ich wieder in einem normalen Bereich. Aber erstmal ganz schön heftig gewesen. Und Jörg sagte dann ja, aber dann kann man ja lieber von Hand irgendwie ein bisschen dosieren. Ob das jetzt ausfällt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber das wäre auf jeden Fall die kontrolliertere Art und Weise gewesen, von daher hast du recht gehabt. Aber was wäre gewesen, wenn du stattdessen flüssiges, also statt dem flüssigen Phosphat partikuläres Phosphat jeden Tag reingegeben hättest? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das tatsächlich funktioniert. Weil ich finde, das klingt immer sehr, sehr gut und übelst spannend und interessant und so, aber irgendwie findet es nicht so richtig Anklang. Irgendwie kriegt man davon nichts mit. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, macht Tropic Marine nicht gut genug Werbung und die andere, die Konkurrenz hat das eben nicht und macht dafür deswegen nicht so viel Werbung? Das ist das Erste, was ich mir denke. Oder ist es vielleicht gar nicht so toll? Aber ich finde, das klingt eigentlich alles ziemlich gut, weil Jörg hatte mir auch am Anfang mal so ein bisschen beigebracht, dass PO4 auch nicht jeden Tag und so oft, also vor allen Dingen, wenn es darum ging, PO4 hatte ich ja teilweise mal eingestellt, dass jede Stunde oder alle zwei Stunden dosiert wird oder so, weil ich mich immer gefragt habe, warum sollte man das nicht alle zwei Stunden dosieren? Man macht doch auch KH, warum sollte man für Stabilität nicht immer ein bisschen was einbringen? Was im Endeffekt so ein bisschen, glaube ich auch, ist schon wieder ein bisschen länger her, aber damit zusammenhängt, dass wenn du nur ein bisschen einbringst und das dann sofort ausfällt, bei den Korallen wieder nichts ankommt und du nur für Ausfällungen gesorgt hast. Aber wenn du einmal eine große Menge reinmachst, dann ist das wie so eine große Wolke, die einmal durchs Becken geht und jeder kann sich das so ein bisschen ziehen. Vielleicht fällt auch ein bisschen was aus, aber wenigstens kommt was bei den Korallen an, wenn du es einer größeren Menge eingibst sozusagen. Und da hatte Jörg mir gesagt, das kann man so ein bisschen, sorry Jörg, wenn ich das jetzt irgendwie falsch formuliere, aber man kann es ein ganz kleines bisschen vergleichen mit wie einer Fütterung. So, Futter gibt man ja auch einmal rein, dann ist das Futter da und jeder kann sich nehmen, was er braucht. Und so kann man das auch mit dem PO4 machen. Und da stelle ich mir die Frage, warum sollte man dieses flüssige PO4 nehmen, wenn man auch partikuläres PO4 nehmen kann, also in Pulverform, das dann anrühren, dass es dann so eine milchige Substanz hat und das dann einmal durchs Becken geben und dann die Partikel, die durchs Wasser schwirren, können sich dann halt eben die Korallen packen aufnehmen und die haben ihr PO4 und man halt eben, hat halt eben nicht diese Ausfällungen, also hat halt das Problem bei dem klassischen flüssigen Phosphat aus der Welt geschafft, durch diese partikuläre Version. Ich finde, das klingt wie der absolute Lösungsansatz und ein absoluter Game Changer. Und da jetzt wahrscheinlich irgendwie total viel Sinnvolles zu beitragen zu können, bräuchten wir jetzt halt einen Jörg hier, der irgendwas dazu sagen könnte. Aber auch ein Jörg bietet das ja nicht an. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Neues ist, eine Neuentdeckung, eine Neuerfindung oder warum das jetzt erst im Raum steht oder ob das schon mal da war und sich nicht durchgesetzt hat und Trupping Marine sagt, wir probieren es nochmal. Ich habe keine Ahnung. Ich würde das echt mal ausprobieren, wenn ich jetzt ein neues Becken starten würde und hätte wenig PO4, ich würde es ausprobieren. Einfach mal partikuläres Phosphat dosieren, einfach mal gucken, was passiert. Ich stelle mir das irgendwie gut vor. Aber das heißt gar nichts, was habe ich mir schon alles gut vorgestellt, was absolute Vollkatastrophe im Nachhinein war. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, hattest du mal, Tobi war bei Hans-Werner Balling, der ja da die Entwicklung macht für Trupping Marine und hat sich da die Becken angeguckt und das ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das gesehen habe. Aber ich war schockiert, wie krokelig die Becken alle aussehen und wie wirr das da. Ja. Aber was jetzt genau, der Zustand der Becken oder dass es alles ein bisschen wirr und durcheinander war oder was? Ja, es ist halt nichts in irgendeinem High-End-Bereich oder so. Es sieht so alles 80er-Jahre-mäßig aus. Also ich glaube, das ist auch aus den 80ern alles und wächst da seitdem auch einfach wild in der Gegend rum. Also ich glaube, das wurde in diesem Video ja auch gesagt von Tobi Marine, dass da viel so, das Ding war auch, also das erste Aquarium, was ich da gesehen habe, war komplett zugeklatscht mit Korallen. Also da war ja wirklich überhaupt gar kein Wasser mehr gefühlt übrig. Das war ja von vorne bis hinten voll. Und da waren es auch sehr viele, wenn ich mich recht entsinne, schnell wachsende SPS. Ja, aber du meinst jetzt gerade gar nicht das mit dem Hans-Werner Balling, sondern mit dem in der Korallenzucht. Ja genau, aber worauf ich nur hinaus wollte, ist so ein bisschen, dass ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Video war oder ob ich das von wem anders gehört habe, dass gerade so schnell wachsende SPS ganz gerne in der Forschung eingesetzt werden, weil die eben so schnell wachsend sind, so schnell verstoffwechseln und so, dass man auch schnell eben so Unterschiede erkennen kann und daran dann einfach besser auch Unterschiede, also dass man gut an denen forschen kann aufgrund dessen, wie sie wachsen und sich verhalten und so. Keine Ahnung, ob das irgendeine Rolle spielt. Du willst ja auch nicht, wenn du was testest, dann setzt du da irgendeine High-End-Agro rein, die bei jedem Mühe umfliegt. Ja, dann ist das nicht das richtige Becken, um was zu testen, ne? Nein, aber du müsstest dir wahrscheinlich, oder könnt ihr ja alle auch mal machen, das Video einfach von Tobi angucken. Das heißt Aquarien-Monat-Netrop-Vlog. Hat er nicht da ganz viele von? Das kann gut sein. Der macht doch immer wieder diese Vlogs. Oder heißt nur dieser Natrop-Aquarien-Monat? Ich glaube. Und die Natrop-Vlogs, die kommen immer mal wieder. Ja. Da bin ich auch, am Anfang bin ich da bei Kölle zu und dann irgendwann kommt er zu Hans-Werner Balling. Und das, ja, das sieht jetzt nicht so aus, als würde man das nachahmen wollen. Also vielleicht ist das auch einfach eine Präsentationssache der Firma. Die sind so ein bisschen, ja weiß ich nicht, die kommen mir immer so Altbacken vor mit allem. Egal. Das ist ja nur mein Gefühl dabei. Ich kann ja nur ein Gefühl haben. Und das muss wieder irgendwie den Haar in der Suppe suchen. Irgendwas da dran finde ich doch scheiße. Ja, ist eigentlich gut, aber das sieht Altbacken aus. Ja, aber nee, weiß ich nicht. Ach stimmt, ich sehe es gerade. Das ist ja oft bei Produkten, die dann irgendwie gehypt werden oder hip werden oder so. Da kommt ja auch ein bisschen auf das Drumherum und die Aufmachung an. Und ja, weiß ich nicht. Ganz verrückt, das Becken. Ich sehe gerade, das ist irgendwie gefühlt, das ist wie so mit Mauern. Also das sind so Mauern auf dem Boden, so Mauergestell quasi und da sind dann die Korallen drauf und die sind teilweise sogar schräg im Aquarium drin und vorne die Korallen sitzen einfach nur auf dem Boden. Also es sieht jetzt nicht so aus, als wäre da jetzt ganz viel Liebe zum Detail im Aufbau drin. Nee, das ist glaube ich überhaupt nichts, aber das ist ja auch so eine Versuchsanlage. Das ist ja alles so weit okay. Übrigens kann man auch nur gefühlt 75 Prozent vom Aquarium sehen, weil mittendrin sitzt irgendwas riesiges, welches den Fuß komplett quer über die Frontscheibe macht. Also wirklich komplett. Also man kann nicht komplett reingucken. Ja, also wie auch immer. Also es ist ja schon wieder so ein blödes Thema jetzt hier alles. Keine Ahnung, wie wir. Aber auf jeden Fall mit Partikulärmphosphat habe ich keinerlei Erfahrung. Ja und irgendwie keiner, ne? Keiner. Nö, da hat man auch so nichts von. Benutzt auch keiner. Genau, aber warum? Ich finde es klingt gut. Wieso, warum? Weil es einfach in der Darstellung nach außen nicht ankommt, was ja wahrscheinlich dann an der Firma liegt. Deswegen sage ich ja, vielleicht ist das Marketing nur nicht gut und das Produkt ist eigentlich geil. Klar, aber ganz ehrlich, das muss man sich dann vielleicht auch einfach gefallen lassen, wenn der Herr Neier zu Besuch kommt beim Herrn Balling und dann sehe ich da so komische 80er Jahre verkrokelte Becken, wo die Korallen ja teilweise auch ganz gut drin stehen, aber halt auch dazwischen Kaulerpa und Kugelalgen und was weiß ich was nicht alles wächst. Jonas, das ist Natur. Ja, das ist Natur, aber das ist keine werbewirksame Natur, wenn du weißt, was ich meine. Verstehe ich schon, ich verstehe auch, ob du hinaus willst. Gar nicht böse gemeint kann sein, dass sie richtig viel vom Fach verstehen und das gut machen und so. Aber das hat nichts damit zu tun, das kannst du nicht in ein Schaufenster stellen, das ist halt irgendwie nicht so clean, vorzeigbar, krass modern und das will ich jetzt im Wohnzimmer stehen haben, wenn irgendeine Fußscheibe 25 Prozent der Frontscheibe bedeckt und es einfach nur schwarz ist. Du kannst das so machen, aber dann zeigst du das niemandem, weißt du, was ich meine. Also in dem Moment, wo man das jemandem zeigt, dann sollte man vielleicht einfach mal die Scheiben. Es funktioniert, aber es ist nicht vorzeigbar. Das animiert niemanden, ein Produkt von denen auszuprobieren und ja, das ist halt einfach leider so, genau. Aber ich habe trotzdem irgendwie auch, finde ich, sogar fast Aufgrund dessen, weil ich das sehe, dass so kompetent, ja. Ich möchte das nochmal betonen, was mit Sicherheit nichts mit fachlicher Kompetenz zu tun hat. Also die will ich da überhaupt nicht absprechen. Ich sage nur halt, die Außenwirkung, Marketing, da könnte man eventuell mal dran arbeiten, dann würden solche Produkte vielleicht auch von mehr Leuten gekauft werden und das Vertrauen würde gesteigert werden, wenn man sieht, boah krass, was ist da für eine Anlage. Aber das ist für mich aber auch ein Image, dass ich da so ein Nerd sehe, dem das gar nicht so wichtig ist, der gar nicht so den Blick für die Ästhetik hat, sondern sich nur auf die Korallen und den Wachstum und das Forschen daran interessiert. Da habe ich irgendwie mehr Vertrauen manchmal dran, als wenn irgendwer versucht, der da ein High-End-Becken, alles ist clean, sie perfekt auszuverkaufen. Wenn ich irgendwie so einen Nerdy-Typ zu Hause im Keller sehe, der gefühlt da einfach so ein bisschen rumbastelt, finde ich manchmal vertrauenswürdiger, als wir machen hier alles auf Hochglanz und perfekt. Weiß ich nicht. Also wenn ich dann sehe, dass da einige Korallen sind, die dann übereinander gewachsen sind und so, dann denke ich mir schon, ja gut, da kann man auch mal eingreifen und das alles mal ein bisschen ordentlich halten. Ja, aber die verkaufen ja nicht, die verkaufen ja keine Becken, die verkaufen ja auch keine Gestaltung, sondern die verkaufen ja das Material, um Korallen zum Wachsen zu bringen. Und wenn das Aquarium, ich sehe das gerade wieder, bei dem Kollegen, der da auch arbeitet. Das hört auch an, was sind das für Korallen, also da jetzt ein paar Gorgonien zum Wachsen zu bringen und ein paar Scheiben an der Mohnen und so. Klar, da steht auch die ein oder andere Akko dazwischen, aber ja gut, ist ja wie auch immer. Also ich finde nur für mich, für die Außenwirkung her, könnte man da ein bisschen mehr tun und dann auch natürlich kann man auch ganz anders kommunizieren, dass man gerade ein mega geiles Produkt erfunden hat oder wie auch immer. Was wie gesagt nichts mit Kompetenz zu tun hat, sondern nur mit Außenwirkung. Genau, bei der großen Masse wäre das wahrscheinlich so, wie du es sagst. Bei mir kommt das irgendwie gut an. Ich traue mich, also ich finde diese Werbung gefällt mir persönlich, spricht mich mehr an, weil ich das Gefühl habe, die machen ja nicht einen auf schick, schön und alles ist perfekt und so, sondern konzentrieren sich aufs Wesentliche. Der Grund, warum ich nur ein bisschen kritisch bin, ist, weil ich ungerne der Erste bin, der irgendwelche Produkte testet. Hat sich ja auch jetzt schon das eine oder andere Mal herausgestellt, dass das nach hinten losgeht. Da würde ich gerne andere vorschicken, aber ich habe das Gefühl, kein anderer macht das irgendwie. Nee, es ist halt keiner da. Kannst du das bitte mal ausprobieren jetzt? Ja, Jonas, du bitte. Vielleicht hat es ja schon mal jemand getestet und meldet sich dann da drauf und sagt, ja, ist cool oder hat gar nichts gebracht. Eine Lösung noch für Hans-Werner Balling wäre natürlich, wenn er seine Anlage so betreiben möchte, kann er ja auch machen. Aber dann sollte man vielleicht in diesen Keller irgendwie ein Becken stellen, wo man ein bisschen die Scheiben putzt und ein bisschen auf Ordnung hat. Weil dann hat man, ja, dann kann man natürlich die Versuchsanlage so krokelig betreiben und da so seinen Stiefel durchziehen. Aber dann kann man auch zeigen, dass man als Firma Tropic Marine auch ein sauberes, strukturiertes, funktionierendes Aquarium, wie zu Hause die Leute das haben, am Leben erhält. Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, okay, das ist reproduzierbar für den Kunden und das ist ja auch wichtig. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was sie dazu sagen, wie sie das sehen und wie die darüber denken. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Also ich finde, die Firma macht auf jeden Fall einen super Eindruck und so. An sich eine sehr seriöse Firma. Genau, aber den Part decken die halt nicht ab. Das stimmt schon. Also auf jeden Fall. Von dem zumindest, was man so sieht. Also ich sehe da zumindest. Ich habe da jetzt nichts gesehen, wo ich sage, boah, was ein krasses Vorzeigebecken. Das ist genau das, was gerade jeder haben will. Das stimmt halt, das findet halt nicht statt, ja. Ja. Gut, aber wie gesagt, das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Überhaupt nicht. Ich muss das ja immer fünfmal sagen, weil sonst würde man ja sagen, nee, Jonas, der meckert überall rum. Das stimmt. Das ist kein Gemecker gewesen, sondern einfach nur ein Ansatz, warum vielleicht solche Produkte von der Firma dann nicht diesen Hype kriegen. oder, ne, weil ich glaube, dass so ein Hochglanz-SPS-Becken, das zieht dann schon mehr und animiert mehr Leute zu kaufen als, ja, ein Pornbetonstein, wo irgendwie drei Sachen draufgewachsen sind. Gut. Aber war ja auch mein erster Gedanke. Ist das so, weil das Marketing vielleicht dahingehend besser sein könnte? Und ja, du bist ja auch mehr oder weniger zum gleichen Schluss gekommen, dass es eine Marketing-Geschichte und vielleicht nicht unbedingt eine Produktgeschichte ist, weshalb das nicht so den, zumindest in unserem Kreise nicht so den Anklang findet. Gibt ja bestimmt einige, vielleicht gibt es ja auch viele da draußen, wie gesagt. Also, mich würden da extrem die Erfahrungsberichte von euch interessieren. Hat das schon mal jemand benutzt? Hat da jemand Erfahrung mitgemacht? Ich finde, es klingt auf dem Papier super, aber ist es auch in der Praxis wirklich so? Würde mich mal interessieren, weil wir einfach immer wieder über Phosphat und Nährstoffdosierung sprechen und dann geht es wieder um Ausfällungen und bloß nicht zu viel und dann sagst du auch schlechte Erfahrungen mitgemacht und hin und her und so. Und das klingt für mich wie genau die Antwort oder die Mitte, wo sich beide dann treffen können. Ja, nur die Erfahrung dazu fehlt, deswegen gerne her damit. Alles klar. Gut. Ja. Ja. Gut. Alles klar. Dann würde ich fast sagen, wir haben es auch. Wir müssen ja morgen schon wieder ran. Ja, schon wieder. Mindestens einmal. Vielleicht machen wir morgen auch noch eine Doppelfolge oder so. Kommen wir auch. Weil du bist ja dann auch schon wieder irgendwie im Urlaub oder wo bist du da? Wieder Urlaub bist du, oder? Ich bin auch. Ich bin genau dann, wenn du wiederkommst, hau ich wieder ab. Unfassbar. Da ist man einmal im Urlaub, ist der Jonas sofort im Anschluss auch wieder im Urlaub. Richtig. Da könnte man schön mal easy vorproduzieren, mal nur einer ist weg. Nee, Jonas hängt direkt noch hinten in den Urlaub dran. Wieder vier Wochen oder wie lange bist du in Thailand? Eine. In Holland. Eine. Ach so, okay. Falsche Land. Das lohnt sich auch nicht. Dafür brauchst du auch nicht in den Urlaub. Doch, brauche ich. Ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Wir sind sowas von einem Durchplockern im Moment. Brauchst du Matthias Brötchen, oder? Ja. Nee. Nee, ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe. Ich muss ein bisschen Fahrrad fahren. Das geht ja nicht in Solingen. Mit dem Hund ein bisschen am Strand rumlaufen. Nee, in Solingen kannst du ganz schlecht Fahrrad fahren. Wir haben ja nicht so richtig, weißt du, wir haben keine coolen Berge, sondern nur so Hügel. Die sind aber so steil, dass du nicht richtig Fahrrad fahren kannst. Aber auch nicht steil genug, als dass du irgendwie cool Mountainbiken könntest, oder so? Ja, so bis zur Wuppa runter kannst du schon. Wir haben ja auch so den Klingentrail, heißt das, so eine Mountainbike-Strecke und so. Ja, die ist wirklich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also da fahren immer eine Menge Leute da rum. Aber ich nicht. Nein. Ich brauche auch ein bisschen Urlaub. Wir haben wirklich viel gearbeitet. Wir waren jetzt ja in Kiel oben letzte Woche und davor die Woche waren wir bei dir um die Ecke da, haben ein großes Becken aufgebaut und zwischendurch. Bei dir um die Ecke. Bei dir, ja, in den Reichshof waren wir. Ja, 50 Minuten entfernt oder so. Ja. Genauso weit entfernt wie Solingen von meinem Zuhause. Für mich, ich war ja bei dir dann vorbei. Also von daher ist es bei dir um die Ecke. Okay. Ja. Na gut. Na ja, auf jeden Fall sind wir richtig heftig am Hasseln, wie man heute so sagt. Rotieren. Am Rotieren. Am Rotieren, ja. Und auch Dustin wächst völlig über sich hinaus gerade, mein Mitarbeiter des Monats. Okay. Der geht richtig steil gerade, ja. Heftig, heftig dran. Ist dir dann auch einen schönen Pannküken mit Ahornsirup, ein bisschen Puderzucker dann am Strand? Ich gehe auf jeden Fall ins Pfannkuchenhaus, ja. Also wir gehen auf jeden Fall ins Pfannkuchenhaus. Okay, und auch nach Amsterdam einen reinlöten dann im Coffeeshop? Nee, 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 nee. So, jetzt meine ich. Nee, würde ich auch niemals machen, weil ich immer viel zu viel Angst habe, dass ich angehalten werde und mein Führerschein dann weg ist, weil dann kann ich mich direkt irgendwo aufknüpfen. Und das ist ja angeblich zumindest auch noch nach Tagen so, dass das dann nachgewiesen wird. Aber das hat sich ja bald, das Thema. Weiß ich nicht. Ändern die da auch was dran? Ja klar, natürlich. Ja? Dann darf man bekifft fahren oder wie läuft das dann? Nee, aber du darfst natürlich nicht in dem Moment, wo du bekifft bist, fahren. Aber die machen ja wirklich Haarproben und weiß ich nicht was und Urin, wo das dann irgendwie noch nach deutlich längerer Zeit nachgewiesen werden kann, obwohl das vielleicht gerade kein akutes Thema ist. Und das war damals schon strafbar. Also ist aktuell, glaube ich, immer noch strafbar. Aber das wird halt, was ist das Gegenteil von verschärft? Gelockert. Gelockert, genau. Diese Regularien werden dahingehend gelockert. Ja, dann kann ich endlich mir richtig einen wegkiffen. Dann kannst du schön dir so eine Bong bauen am Strand aus dem Eimer. Nee, ich rauche ja auch keine Zigaretten mehr. Ich will gar nichts mehr innerdieren. Du Loser. Das ekelt mich auch an. Du hast noch deinen Crack und gut ist. Aber raucht man Crack nicht auch? In so einer Pfeife? Ja klar, in der Crackpfeife. Ja siehst du, ich sag ja, ich rauche nichts mehr. Ach, du rauchst gar nichts mehr? Nee. Ich lecke nur noch Kröten. Auch gut. Ja? Ist auch so eine Zeremonie. Dieses Krötengift kann man nicht irgendwie... Kann man lecken. Kröten lecken. Das gibt es auch irgendwelche Indios, glaube ich, die das machen oder so. Ja, oder man macht sich das, man lässt sich, glaube ich, die Haut so ein bisschen aufritzen oder so. Oder mit einem heißen Stab sticht man sich so in die Haut rein und dann macht man dieses Krötengift da drauf. Das ist doch auch so im Dschungel so eine Zeremonie. Ja, meintest du die Dinge auch so, oh geil, Freitag, heute Abend ziehe ich mir mal eine Kröte weg? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, hoch dir in dem Wochenende. Okay. Genau. Sehr gut. Ihr habt ja auch Freitag, deswegen gebt alles heute Abend. Bleibt am Ball. Ja, und immer vom Körper weg arbeiten, ganz wichtig. Gut. Ja. Ich war letzten... Der letzte Freitag ist eine Woche her, dann bei euch sozusagen, da war ich beim FC, der hat 1 zu 5 verloren gegen Leipzig. Das war, naja. Das hat sich ja gelohnt. Ja. Gehst du schon mal zum Fußball auch, oder was? Ja, zum FC, gerne. Also es ist leider viel zu wenig, vielleicht zweimal im Jahr. Okay. Ich würde aber gerne ungefähr so alle zwei Monate einmal gehen. Das ist so mein Ziel. Ich war noch nie im Fußballstadion. Nein. Ich schwöre es. Was? Ich war in der Südkurve und das war so asozial. Ach. Das war so asozial, was ich da gesehen habe. Hat mich immer schon... Ich war nicht das erste Mal in der Südkurve, aber ich war anscheinend an einer anderen Stelle das letzte Mal. Oder entweder es hat sich was verändert oder ich war woanders. Aber es war schon wirklich asozial. Aber der Support fürs Team war wirklich trotzdem sehr, sehr krass. Also die haben 1 zu 5 verloren und wurden am Ende gefeiert, als wären sie Meister geworden gefühlt. Warum nicht recht? Ist aber auch gerade wichtig, weil sie sonst absteigen. Also die brauchen den Support. Aber die Kölner Fans sind schon krass. Aber egal. Na gut. Das nochmal gerade zum Schluss. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschö.